Meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Jordan gegen Samy. Unsere beiden Kandidaten treten insgesamt in zwölf Spielen gegeneinander an. Im ersten Spiel gibt es einen Punkt, im zweiten Spiel gibt es zwei Punkte und natürlich gibt es im zwölften Spiel zwölf Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt diesen Mercedes G63, den Automobile Essen für unsere Jungs gesponsert hat. 45, 45, fit in like a Mordecai, I ain't regular, feel like Jordan wearing 45, traumatized, victimized, seen some of niggas dive, knock you off a base with a bat, when them niggas slide, homicide, genocide, televised, sympathize, but back your way in water to the niggas. Eie, ich glaube, das müsste eigentlich jetzt hier sein, ja? Warum piegst das hier alles so, ja? Boah, brennest du oder was? Normal, denkst du, die packen uns hier Sonnenblumen hin oder was? Warnung, es ist nicht so, dass ich euch hasse, aber wenn ihr brennen würdet und ich Wasser hätte, würde ich es trinken. Manchmal tut das Brennen mehr weh als Feuer und heute werdet ihr es wortwörtlich zu spüren bekommen. Wenn ihr die Nessel berührt, was ihr auch tun werdet, brechen die Köpfchen der Hählchen aus und geben eine Flüssigkeit ab. Diese besteht aus Histamin, Ameisensäure, Aketolulin, Natriumformatien und Serotonin. Die Haut fängt direkt an sich zu reizen und es entstehen Blasen. Platzen sie und es drängen leichte Bakterien rein, somit kann es zu einer Hautvergiftung kommen. Zudem wurden in Brennnesseln Salmonellen festgestellt, die durch Berührung und Einatmen der Brennnesselsamen sehr gefährlich werden können. Sie dringt direkt in den Magen und können somit eine Magenvergiftung hervorbeugen. Ach, voll vergessen, damit ihr eins mit der Pflanze werdet, übernachtet ihr heute eine Nacht im Wald. Was gibt es denn Schöneres als Mutter Natur? Morgen um 7 Uhr werdet ihr dann gemütlich geweckt. Laut und gemütlich. Und somit würde ich sagen, bis morgen schlaf gut aus, denn in der Nacht wird es brennen. Wortwörtlich, ha, 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 euer Doktor Medizin Brennhaare. Ha, 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 ha. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich weinen oder lachen soll, ja? Sein Verleih soll man gar nichts. Gute Idee. Ist warm, ne? Ja. So, gute Nacht. Ich geh hin. Ich geh auch hin. Boah, Alter, kannst du mal den Finger aus meinem Po nehmen? Oh, das war dein Loch? Ja. Dikiriki. Es waren einmal zwei Jungs. Die schliefen im Wald. In de Wand drin und da war alles kalt. Aber jetzt stehen sie auf und dann gehen sie wieder raus. Männer, eure heutigen Outfits liegen da draußen. Bitte zieht euch um und dann sehen wir uns bei Spiel 9. das Brennnessel-Auto. Oh, herzlich willkommen, ihr beiden. Ich dachte, ihr würdet gar nicht mehr kommen. Können wir bitte einfach anfangen? Na dann, möge die Fahrt beginnen. Spiel 9. Das Brennnessel-Auto. Wer innerhalb von 3 Minuten mehr Brennnesseln mit dem Munderdinsen-Box Ich wünsche euch eine schöne Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne-Bühne. Action. Ah, ey, mach mich! Eieieieieieie! Eieieieieie! Oh, fuck, der Gulo! Ich krieg die... Wow! Ey, das Brennverdammte Scheiße! Wow! Ah, ah! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Hey, 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 hör auf mit der Scheiße. Fuck you, Guilter, man. Oh, fuck, meine ganz Rücken, meine ganz Rücken. Alter, mein Rücken. Hey. Jetzt. Mein Schäle brennen. Ah, mein Rücken, mein Rücken, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. War die Sommer. Ah, mein Rücken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, mein Rücken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Yes, we can, that's your kid. Hey, shut it in. Ah, mein Rücken. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Meine ganzen Lippen sind top. Meine Lippen sind top. Ah! Mein Vater! Ah! Ja! Ey! Fuck das! Ich geb mein Leben auf! Ich kann nicht mehr! Oh mein Gott! Yes! Mach doch! Lass mich raus! Lass mich raus! Wo ist die Türklinge? Wo ist die Türklinge? Die Zeit ist vorbei! Alles beide! An alle da draußen! Ich hab nur meinen Job gemacht! Nicht haten, okay? Danke! Sehr gut gemacht, Jungs! Als Wiedergutmachung habe ich eine kleine Überraschung für euch! Ich hoffe, ihr nehmt meine Einladung an! Kommt mit! Ah, da kommen sie ja! So, Jungs! Dreimal Brennnessel-Tee! Dankeschön! So, Jungs! Auf ein gutes Video! Du bist toll! So, ich bin danke! Oh, das ist ja. Ich habe mich verloren. Und wenn mein Leben auf! Ich habe michizado!